was geht ab liebe leute ihr schreibt ja wir gehen arbeiten damit du und deine familie zuhause sitzen könnt und jetzt sage ich euch mal was ich gehe jetzt einmal kurz durch die familie und da werdet ihr mal sehen dass wir auch was machen dass wir auch steuern bezahlen und dass ihr mit diesen kommentaren einfach aufhören solltet es euch 0,0 bringt wenn ihr jetzt mal das reinschreibt weil wenn wir was tun wie bezahlen steuern und ich persönlich bin nicht mehr von bürgergeld abhängig deswegen wir gehen jetzt mal durch die familie die fragen wir zu deinem kommentar zu halten also wenn es deine meinung ist wir sitzen zu hause ja bezahlen auch steuer und gehen arbeiten egal wie sind nicht faul aber wir wünschen dir noch einen schönen tag ihr habt das jetzt selber gehört im endeffekt ihr guckt ja auch andere leute andere leute sind ja auch durch tik tok erfolgreich geworden und verdienen damit ihr geld und da wird nicht mehr geld deswegen liebe leute bleibt gesund und munter in effekt ist eure entscheidung wenn ihr anguckt und wir nicht und jetzt jetzt erstmal haut rein naja passt dann ciao ciao